Stefan, morgen geht es gegen deinen Ex-Klub, wie geht dir in das Spiel? Ja natürlich hochmotiviert, wir haben in den letzten Wochen eine ansteigende Tendenz gehabt und wir wollen das ganze fortsetzen, zuhause einen Sieg landen. Das ist aber ein starker Gegner, was macht die Vierte aus? Ja grundsätzlich das Team, da kämpft jeder für den anderen und die Jungs in der Kerne schon seit einem sehr langen Zeitraum zusammen und die individuelle Klasse kommt dann noch dazu auf den Außen, wir müssen auf jeden Fall auf der Hut sein. Freust du dich? Ja, absolut, klar, das ist für das meine große Liebe, ich freue mich unheimlich auf die ganzen Jungs und auf den Trainer, aber die drei Punkte müssen wir da lassen. Danke.